Hey meine Freunde, heiltet sich willkommen zu einer weiteren Folge Fall Guys. Es geht endlich weiter. Die Beta ist nun vorbei, ja. Aber das Spiel kommt ja am 4. August raus und ich habe immer das Kostüm angezogen. Das ist richtig witzig aus. Falls ihr die letzten Folge nicht gesehen habt, dann könnt ihr es gerne unten in der Playlist reinschauen. Das Spiel macht so unfassbar viel Laune. Ihr könnt gerne in den Kommentar schreiben, was ihr von dem Spiel haltet. Ähm, aber ich liebe einfach dieses Game. Äh, und ich bin mega gespannt drauf, wenn es dann rauskommt. Das einzige, was halt das Problem ist, man braucht echt lange, bis man Spiele gefunden hat. Gut, heute, jetzt geht's noch. Heute ist letzter Tag. Da zocken wahrscheinlich noch alles, alle. Aber, ähm, ja. Ich bin gespannt, wie weit wir kommen. Die Wippen. Vielleicht schaffen wir es ja endlich mal weiter als Mission 3. Oder, oder als Challenge 3. Ich bin mal gespannt. Gut. So, let's go. Ich zock das Ganze auf dem PC, für alle, die sich fragen. Und, jo, mein Männchen ist schon aufgeregt. Es geht los. In 3, 2, 1. Let's go. Und die Wippe ist am Stüttel. Oh nein, 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 nein. Da war ich zu weit außen. Ich hasse es, ne. Ich, ich bin echt kein Fan von, von, äh, dem, ähm, Modus. Oh Gott, Alter. Das war knapp. Fangen wir mal, bleib stehen. Oh, man darf nicht springen, glaube ich. Oh, ich schaff das, ich schaff das. Nein, 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 nein. Ja, ja, ja. Perfekt. Oh, es sieht gut aus für uns. Es sieht richtig gut aus. Ich darf nicht zu früh. Quatschen. Oh, je, je. Ich muss mich ranhalten. Kuscheln. Ein extra Checkpoint. So weit war ich noch nie, glaube ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, andere Seite, Jungs, andere Seite. So, rüber. Und ins Ziel. Falsche Seite. Jawohl. Hallo, bist du... Bist du bescheuert, Junge? Warum hält der mich fest? Ich muss ins Ziel. Ich hab mich qualifiziert. Ich hab's endlich geschafft. Diese Map ist sowas von schlimm einfach nur. Wirklich. Ich bin echt kein Fan von dieser Map. Da sind schon witzige Leute hier rumstehen und warten müssen. Oh, das war ein Fehler. Und tschüss. Oh, das war ein Fehler. Es sind noch... Dieser Typ, ne? Der hält alle fest. Gibt das irgendwie einen Boni? Nein, wie sieht der denn aus? Oh nein, dude. Das sieht ja witzig aus. Da kommt schon 18 von 5... Äh, doch, 45. Höre, das ist irgendwie 20. Ja. 30. Kommt immer mehr. Kommt schon, Jungs. Ich schaff das. Frankenstein. Wie? Wo ist das denn da aus? Ne, hört mich an. Irgendjemand. Ich weiß aber nicht, wie... Irgendeine Figur. Irgendeine Serie. Da kommt schon, Jungs. Let's go. Nicht springen. Oh. Ich hab... Ich hab echt festgestellt, wenn du springst, dann rutschst du eher runter. Hilfe. Okay, alles klar. Erstmal Sonntagmittag... Äh, Sonntagmorgen. Dort erstmal der Nachbar. Ich hoffe, das wird mir jetzt nicht... Oh mein Gott. Was passiert hier? Wir sind weiter. Let's go. 45, Alter. Komm schon. Was kommt als nächstes? Bitte kein Teamsport oder sowas. Oder nicht nochmal dieselbe Map. Der Kreisel. Überwindet die Hindernisse und rennt zur Ziellinie. Das kenn ich auch noch nicht. Und bin ich ja jetzt gespannt. Also, an sich ist die Aufmachung echt nice. Okay, und let's go. Alter, wie sich ja alle jetzt prügeln. Und drüber springen. Jungen blockt mich nicht. Ausgetrickst. Alter, das war richtig gut. Okay. Wie kommt man hier hoch? Ah, okay. Mit Shift. Uiuiui. Bin ich ja gerade so durchgekommen. Laufen durch die Mitte. Das war richtig knapp. Komm schon. Komm schon. Let's go. Hab Sinn bekommen. Ich weiß nicht, ob oben in der Mitte der schnellste Weg ist. Aber ich glaube, das ist auch der schwierigste. Mal kurz springen. Nein. Darf ich vergessen zu springen? Läuf. Oh, die Abkürzung hier. Let's go. Ja, Mann. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Juhu. Ach, ich bin 33. Ja, nice. Alter. Mein Nachbar macht ja ein bisschen was mehr Lärm. What the fuck? Das Gefühl, ich komme ja gleich nicht mehr durch die Wand. Alter, wir haben das auch geschafft. Wir sind weit. Geil. Oh, halt. Wie er geflogen ist. What the fuck? Komm, Junge. Spring. Nein. Renn. Lauf. Tu was. Ach, Runde beendet. Alter, was ist hier los? Hilfe. 33 übrig. Ich bin gespannt. Und ich hoffe, man hört das jetzt wirklich nicht in deinem Mikroansatz. Und tut es mir echt leid. Aber das ist gerade echt eine geile Runde. Die darf ich nicht aufgeben. Komm schon. Natürlich, für alle, die neu sind, könnt ihr gerne abonnieren, um mich zu unterstützen. Und lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Oder generell eine Bewertung, ja. Falls dir das Spiel natürlich nicht gefällt, dann könnt ihr jetzt auch gerne in den Kommentaren schreiben, dass ihr was anderes sehen wollt oder was. Ich freue mich über jeden Kommentar. So. Richtig belastend. So, was ist das denn jetzt? Schleimkraxler? Uh, das ist die Map aus dem Trailer, ne? Leulala. Wie sieht die denn aus? Ach du Scheiße. 33 können weiter. Oh Gott. Oh, der Typ hat mich hier oben gehalten. Oh mein Gott. Der Typ hat mich echt hoch gehalten. Oh. Hui. Ach, hier kann man gar nicht hoch, ne? Oh. Oh, da hat mich die Kugel überall. Nein. Alter, Kugel. Uiuiui. Scheiße. Scheiße. Oh. Ich hab's noch geschafft. Ich muss mal ein bisschen was austricksen hier, glaube ich. So. Ja, perfekt. Oh Gott. Nein. Uiuiui. Nur noch 19 dürfen weiter. Kacke. Ich bin auch gefühlt letzter oder so. Scheiße, was passiert hier? Nein. Nein. Es waren schon 19 in der Qualifikation. Was? Oh, warum? Oh. Das Spiel ist so unglaublich schwer. Man glaubt es gar nicht. Sieht eigentlich mega cool aus. Ach so. Ne. Bin ich gestorben? Vielleicht bin ich gestorben, ne? Geht das wieder hier? Unser Dude. Mal gerne reden. Guck mir jetzt zu. Der das kriegt. Ach, der schafft. Der COO-Lohn. Kann das sein? Keine Ahnung. Jo, der schafft das noch. Der schafft das. Easy going. Okay, da ist echt ne krasse mit. Guckt euch das. Ah. Ach so. Ich bin gestorben, weil dieser komische Glitter. Da hinten, der hochgeht. LOL. Hab ich nicht ganz gesehen. Ey, das ist doch voll auf Zeit. Ach, LOL. Interessant. Tschüss. 13 haben sich qualifiziert. Was? Das ist übel. Das ist richtig übel. Pass auf. Ich gucke jetzt nochmal zu. Was die nächste Map ist. Und dann. Vielleicht kennen wir die ja schon. Aber bringt uns halt eh nichts, ne? Sturzball. Erziele Tore, indem du eine Balance gegnerische Turmball hast. Ach, das ist dann so. Okay. Teamplay dann wieder. Alter. Das stelle ich mir tricky vor. Verliert dann das ein Team weiter, oder was? Krass. Prügelt euch. Prügelt euch drum. Let's go. Oh. Wie geil ist das denn? Jawohl, du. Du es. Oh, ganz knapp. Oh, da hinten liegt der Ball schon fast im Tor. Ja, und zwar. Ah, wen tippt ihr? Ich tippe hier auf, 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 äh, Geron. Ähm, ich tippe schon orange. Ja, genau. Ich tippe auf ein drittes Team. Ich tippe hier auf, äh, Gold. Gold-gelb ist das? Komm, jung. Let's go. Du hast die Oberhand. Da, die prügeln sich doch gegenseitig. Löl, der wird festgehalten. Was ist das denn für ein Nazi? Da. Jo. Tor. Tor. Und noch ein zweites Tor. Jawohl, deine. 2 zu 0. Ja, easy. Das ist, das ist übel. Dann rennt der, der Typ. Achso, der ist Torwart, oder was? Ach, ne. Weil wir sich alle da rumprügeln. Komm, jung. Der Typ ist richtig gut. Oh, der hat einen anderen Namen, oder? Der hieß doch gerade eben irgendwie Exlo, oder so. Keine Ahnung, wer ist jetzt hier? I-Nunus? Komm, jung. Keiner von denen steht hinten. Damit er die ganze Zeit vor dem festhalten wird. Ich hoffe, falls ich jetzt nicht weiß, unsere Leute, die trollen wollen, dass man die Leute nicht ewig festhalten kann, sondern irgendwie so zwei Sekunden oder so. Aber sonst ist das ja mega, der troll. Oh, 3 zu 0. Okay, das holen wir niemals in 53 Sekunden. Alter, das ist schon übel. Aber gut, 43 Sekunden, da kann noch viel passieren. Aber ich glaube, gelb, oder 4 zu 0. Alter, was? Das ist ja... Die ziehen hier voll ab. Die... Guck dir das an, jetzt gleich 5 zu 0. 6 zu 0. What the fuck, Alter? Was passiert hier? Die sind dann voll im Sack. 5 zu 0, Junge. Die schießen selber fast ein Eigentor. Alter, okay, Gold oder Cape oder wie auch immer. Die sind ja ultra. Also, lecko mio. Da kommt schon. 3, 2, 1, Ende im Gelände. Runde beendet. 5 zu 0. Krass. Nur nach Stilchen Übungen. Heftig. Einfach nur heftig. Stell dir vor, es kommen nur 2 ins Ziel. Und dann ist dann direkt... Also, dann muss ja direkt Ende sein. Aber dann spielst du Fußball oder was? 2? Das ist auch witzig. Dann hast du 2 Bälle und 2 Spieler. Bergstütze. Okay, die Map kenne ich auch noch nicht. Wenn wir am schnellsten packen, die Krone. Ah, das ist die... Ah, das ist die alles entscheidende Map, ne? Let's go. Okay, auf wen tippen wir? Hier, das ist unser Mann. Der da. Der Roboter. Ne. Irgendwie erinnert mich an irgendeine Figur. Ich weiß aber nicht mehr welche. Gott, Alter. Okay, der kommt gut durch. Aber die Bälle... Oh, Ball. Oh, oh, oh. Belastend. Komm, Junge. Alter, wie das hier vibriert. Das ist ja evil. Komm, Junge. Wer hat mich vom Ball erwischt? Oh, das war knapp. Oh, nein, du. Oh, nein, 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 nein. Da. Nein, 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 nein. Lass los, du. Oh, Gott. Okay. Scheiße. Da oben rennt einer zur Krone. Ah, der hat's geschafft. Sieger. Knucks. Ja. Bin ich es? Ja, ich bin es. Krasser Scheiß. Das ist übel. Aber das Spiel macht unfassbar viel Laune. Schreibt's gerne in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Ich würde sagen, wir sehen uns in einer anderen Folge wieder. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.